Ah genau, die kann Johnny noch verteilen gleich Ja komm, gib her, dann verteile ich die jetzt eben Ich hab dir die doch gerade gegeben Ja, aber 49 sind nicht genug, dann hat noch irgendeiner von euch die, ich weiß nicht wer Ja, Christian hat doch vorhin die vom ersten Mal schon verteilt Ich hab meine verteilt Moment, Johnny's hab ich noch nicht gegeben Nein, ich hab noch nix bekommen am Arsch Im ersten Mal hat jeder 5 gekriegt Ja 49 durch Die 5 sind meine 48 durch 4 wären 12 Ja, und dann schnell ein paar Sword of Night sammeln Einer kriegt 13 Tja Der arbeitende ist egoistisch Ja, also das ist das einzige, was uns noch fehlt Soul of Night Okay, machen wir die bewährte, ähm Wir bauen scheiße auf Technik Oder machen wir die bewährte, wir gehen einfach nach oben Hat einer noch ne Soul of Might, die er gegen ne Soul of Fright tauschen würde? Ja Weil dann kann ich mir den Handrex bauen Drei Ja klar Ja dann Warte, warte, ich such gerade Ich glaube ich hab doch keine Soul of Might mehr Nein Jetzt hab ich die Schneide rüber geschmissen Ja, das ist jetzt natürlich Pech Du brauchst drei Soul of Fright Ja doch, ich hab wohl Juhu Kriegst du gleich wieder Juhu Ja Dennis, jetzt kannst du ja eh nix bauen, ne? Kannst du mir nicht auch zwei leihen Wovon? Ja Ja Danke Boah, jetzt werd ich alles wegbashen, was geht, ey Und zwar womit? Achso, mit deiner Lache Erkommt Boah So Peter, jetzt geh ich mal deine Bude besuchen Ja Besuch mal lieber Soul of Night, neun Stück Und sie zusammen trinken Boah 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 Hcoo 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 Oh Cool, man zieht da jetzt auch so ein Ding hinter sich, ja Aber auch nur wenn man Komm Jay, wir brauchen Soul of Night Nur ein Stück nur Aber geil, der Hemdrex ist cool Cool, 75% Chance habe ich jetzt keine Ammo zu verbrauchen Was sagt das denn so? Ja, der Helm hat das WCF, der Hemdrex macht 47 Millie Damage Jawohl Ist in der Armstil da mittlerweile mal wieder da? Ne, leider nicht Der kommt gleich wieder Tja, hätte ich jetzt den Kram mitnehmen sollen, den wir immer gebaut haben Oder schaffen wir die neuen Stück auch eben schnell so? Tja, das ging immer schon schneller, ne? Na komm, dann hole ich den Scheiß eben Aborten müsst ihr denn bauen? Hm, mein Bett ist auch kaputt Ja, das gibt ja diese Farmtechnologie-Möglichkeit da Ähm Boah Wieso müsst ihr alle mein Haus kaputt machen? Was soll die Scheiße? Na echt mal, warum macht ihr das denn ammo alle? Na ja, Christian hat das gerade auch gemacht Und ich weiß nicht warum Nein, das war Johnny Ja, genau Ach so läuft der Hase hier Ich mach die angeblich immer kaputt Aber da Leut Wollte ich dich jetzt kurz doch zu Ende aussprechen? Ja, natürlich Ähm Meteorit-Kram Ähm Bauen, damit diese Fliegeviecher kommen Ach so, die brauchst du einfach quasi unter die Art oder was? Ja, genau Aua, Aua Arms-Dealer ist wieder da Scheiße, dann wollten wir das nix Wo ist er denn? Bin da Ist das eigentlich Das ist mega rassistisch Dass der Deshawn heißt? Nein Dass das der einzige dunkelhäutige NPC ist Und der der Waffendealer direkt ist Ja, ist doch in der Mitte gesoldet auch so Also mega rassistisch Eigentlich Tja, ganz schön frech Dann brauchen wir noch Soul of Night Ja, neun Stück Ne, nur noch acht Ich hab nämlich eine Dann brauchen wir noch sechs Cool Ich hab noch schon Drei Soul of Nights Hier haben wir noch eine in unserer Sammeltruhe, Peter Das ist gut Ich mach noch eine weniger Also hab ich schon vier Soul of Nights quasi Ich hab auch eine gerade Gekriegt Ich hab auch eine Ich hab keine Gegner mehr Was ist denn das? Komm, wo bleibt ihr, ihr Drecksviecher? Da Hm, wir lassen jetzt keine mehr fallen Noch eine Noch eine Noch eine Zwei Ich hab zwei Sechs brauchen wir insgesamt Habtest du nicht acht gesagt? Ne, ich mein, du hattest ja gerade auch noch welche Ich hab jetzt mittlerweile vier Christian sagte gerade Bevor wir nach unten Ich hab drei Ich hab zwei Ich hab jetzt fünf Ja, perfekt Können wir denn überhaupt die anderen nochmal beschwören? Ja, davon haben wir hier dann noch eins Ah, das ist perfekt Mh, mein schönes Haus Wofür ist das denn? Ey! Alter! Am Arsch! Hey, ich bin Christian! Na, du bist Johnny Piet ist geil, oder was? Wolltest du es schreiben? Genau, das wollte ich Muss ich hier auch schon mitnehmen Ich hab mich die ganze Zeit Warum ich hier nix Warum ich nix Am Arsch! Ich mach aber alles kaputt Püff Peter, du weißt schon, ob mich das nicht stört, ne? Mir ja auch nicht Nee, egal nicht Möge das nicht Das ist gut Püff 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 Verdammt, jetzt habe ich mich ja selber eingeschlossen. Okay, das heißt, wir müssen ihn jetzt einmal töten, müssen dann wieder eine Nacht warten, oder dann können wir ihn nochmal töten? Warum schaffen wir das auch in zwei Nächten? Ja, aber nicht gegen alle drei gleichzeitig. Achso, meinst du das? Ja, das kann gut sein. Nein, Peter, lass es leben! Musste nur kurz durch. Achso, na dann ist gut. Und ist Hardy wieder weg. Ja, Peter, ja, was habe ich? Du kleiner Wurschi. Mein Mann. Stirb. Geh doch sterben. Geh doch sterben! Oh, mir sind die Dinger leider ausgegangen. Oh, mir sind die Teile ausgegangen, wow. Tut mir aber sehr leid. Geht da geile Action, oder was? Hm. Ach, weißt du, ich helfe euch mal. Ich helfe euch mal. So. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Das Bett ist weg. Ich habe nur Adamantit-Forsch aufgenommen. Was ist denn P-H-L? Lol, was ist das denn hier? Wuuuuh! Was ist das denn jetzt? Oh, mein Gott, wo hast du das denn hergekriegt? Vor allem, wo fällt der Scheiß hin? Vor allem, ich auch. Oh! Oh, Scheiße. Ey, war Afka. Lol, oh mein Gott. Tschüss, Haus. Also zumindest die Räume stehen lassen für dich in Betten, damit wir uns gleich nicht immer... Pff, mein Bett, ich weiß gar nicht, wo das ist. Das hast du ganz weggespringt. Nein. Ist das Bett? Aber Alternativ spielt doch keine Rolle, du kannst dir auch einfach einfach einen anderen Bett niederlassen. Oh, Jay, du sollst doch die Räume in Ruhe lassen, wo dein Bett drin steht. Ja, das können wir ja eigentlich hier durch. Du möchtest ja doch nur den Raum basteln, Peter. Ja, du möchtest hier Lava einbauen, du sagst. Lass dich aber den Raum hier bauen. Mensch, Peter. Ich hab da auch schon gerade drüber nachgedacht, aber ich weiß leider nicht, wie man vernünftig... Äh... Wie man, äh, wie man... Mein Gott, wie heißen die Dinger? Einmal baut. So, wer wird denn jetzt hier sterben? Uh, ich bin der Mienmeister! Hehehe. Nein, der verkauft Dynamit! Du hast recht. Vorher muss man noch ein kleines Tribut an den Typen zahlen. Wuhu! Oh! Das hat ja bestens funktioniert. Was? Das Gute ist, dass der Ambus da immer noch steht. P-H-L. Ja, was macht denn der Minenspaß, die denn da, ey? Verkauft mir so'n Mist? Wo ist er denn jetzt hin? Na hier. Ah, da. Wuhu! Oh. Da darf ich auch nicht nochmal ein neues sammeln. Ja, das ist jetzt hier natürlich ne kleine Falle. Hammer! Das Licht ist nicht bei mir, scheiße! Ne, da hab ich alles zugebaut. habe mich schon mal gemacht. Bis zum nächsten Mal.